Das war kein gewöhnliches Erdbeben. Es hat zu dieser Erdspalte geführt. Darauf haben wir sehr lange hingearbeitet und was wir jetzt tun, ist entscheidend für die kommenden Generationen. Wir nähern uns dem Ziel. Drei, zwei, eins. Wir haben gravierende Anomalien festgestellt. Wie ein Besuch auf einem anderen Planeten. Stell dir vor, die Welt verändert sich von hier. Mach diese Mission zu einem Erfolg. Fährst du wieder runter? Was hoffst du dort zu finden? Wir haben das Signal verloren. Was ist hier los, verdammt? Wunderschön. Ist es sicher, rauszugehen? Würden Sie also sagen, dass uns die Zeit davonläuft? Die Zeit vergeht schneller als wir denken. Und als wir begreifen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.